So, herzlich willkommen zurück bei Nier Automata in einer neuen Aufnahme, mal wieder, hallo Elch, oder was auch immer du bist, Elch, ähm, ich muss mich für die letzten drei Aufnahmen entschuldigen, da habe ich glaube ich an ein paar Stellen etwas übersteuert, ich hoffe das ist jetzt besser, deswegen wird diese Aufnahme auch nicht so lang werden, äh, mal wieder, ich nehme jetzt wieder ungefähr eine Stunde auf und dann gucke ich wie es dieses Mal war, äh, ich muss mich halt erst jetzt daran gewöhnen ein Mikrofon zu haben, dass ich nicht 200 Dezibel lauter stellen muss, damit man mich überhaupt hört, ähm, aber aus Fehlern lernt man. So, und wir haben einiges zu tun, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich, äh, scroll, 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 wir sollen, ja, Pascalsdorf müssen, ne, Pascalsdorf müssen wir, und, äh, wir sollen Wüstenrosen finden, und wir sollen, äh, das ist bei den Wohnanlagen, wir sollen Wüstenrosen finden, und wir sollen nach dem verlorenen Lagerarbeiter suchen, und ich würde sagen, äh, wir gucken erstmal, dass wir den Lagerarbeiter finden, äh, mir wurde übrigens gespoilert, was, äh, dieser rote, das, das rote Dash-Ding hier macht, ups, äh, und zwar, äh, hat man, also vom Kumpel hat mir einfach, ich hab gesagt, hab ich immer noch nicht rausgefunden, der meinte so, ja, ist eigentlich recht einfach, und zwar, äh, wenn ich diese rote Linie habe, und direkte nach zuschlage, dann mach ich mehr Schaden als normal, also ist ein kleiner Damage-Buff, wenn man ihn dann ausgeführt bekommt, ob ich den Berserker-Modus, den wir letztes Mal bekommen haben, nochmal benutze, weiß ich nicht, ich fand den ja irgendwie nicht so gut, ähm, ähm, genau, und was ich auch noch, äh, also ich hab mich halt mit dem Kumpel ein bisschen darüber unterhalten, und der hat mir ein paar Dinge verraten, ist jetzt nicht so schlimm, aber was mir halt zum, zum einen gesagt wurde, ist, also ich kann ja mit Rechtsklick so einen Angriff aufladen, einen schweren Angriff aufladen, ich kann aber auch mit links, äh, das hier machen, und, äh, das ist so ein kleiner Damage-Buff, in Anführungszeichen, äh, der sorgt dafür, dass ich 180% mehr Schaden mache, und, äh, sorgt aber halt auch dafür, dass Gegner entsprechend mehr Schaden machen, sprich, äh, ist quasi so ein, so ein, so ein Damage-Buff auch, so kann ich jetzt zum Beispiel, Holy Fucking Also, jetzt hol ich mir noch den Buff dazu, und jetzt müsste ich eigentlich Ultra den Schaden drücken Aua Warum greifst du den kleinen an, wenn er noch so ein großer ist? Und warum wächst eigentlich immer das Pop-Programm? Ah, super War noch am Ausweichen Jetzt kann ich nicht kämpfen und muss darauf warten, dass ich wieder irgendwas machen kann Beziehungsweise warte, ich mache einfach Du denkst, ich bin kampflos Schutzlos Aber wollen wir mal sehen Sehe ich nicht Wie lange hält dieser Heck denn bitte? Danke Ist ja ultra krass Nicht aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert Aber solange man mir meinen Pott nicht wegnimmt, ist alles easy So, dann fragen wir erstmal nach, wo der Lagerarbeiter hin verschwunden ist Hi, Knallkopf Was? Der Lieferant? Ja, der war hier Er hat mir einen kaputten Wasserreiniger gebracht Den habe ich schon repariert und ihm wiedergegeben Den haben wir schon vor Ewigkeiten aus dem Lager geholt Soll das heißen, er ist immer noch nicht zurück? Unser Lager ist drüben in der Ruinenstadt Da ist alles sicher vor feindlichen Angriffen und ähnlichem Verdammt Er könnte noch in der Gegend sein Ich zeig dir, wo es ist Okay Äh, was hast du mir denn gezeigt? Oh, das ist direkt hier vorne Dann gehe ich mal da hin Warte mal ganz kurz Kartenmodus Äh, ja, okay So hoch kommt der Satellit nicht Dann würde ich sagen, dann gehen wir direkt da hin Bevor wir die Wüstenrose holen Dann werde ich eh per Schnellreise hin Dann muss ich nicht wieder durch die ganze Wüste latschen So Lauf 2A Da oben Okay Bin ich mal gespannt, was mit ihm passiert ist Wenn ich das Spiel kenne Geht es ihm nicht sonderlich gut Ist ja selten hier, dass Wenn jemand verschwunden ist, dass es ihm Ja, ja, ich hole ihn da raus Alles kein Problem Ähm Ich habe noch nicht genug Okay So Hier Ich habe die Kiste hier noch nicht mitgenommen, aber 1000 Gold Ey Puh, 1000 Dank Entschuldigung, aber könntest du mir einen Gefallen tun und den Weg freimachen, damit ich hier wegkomme? Ich habe mir bei dem Versuch das Bein verletzt Wie du sehen kannst, bin ich ziemlich groß, daher brauche ich viel Platz Ja, aber da solltest du schon durchkommen So So, hier Okay, während der da in 10 Jahre durchläuft Kann ich eben die Kiste schieben Und mir das da holen Wenn es da hinten irgendwo so versteckt ist, dann ist das irgendwas cooles Bestimmt Kristallkapazität voll Na, das hat sich ja gelohnt Du bist ernsthaft zu dick, um da durchzukommen Ähm So fett bist du nun auch nicht Du könntest auch ein bisschen schneller laufen Das wird auch helfen Also Ich wurde hier eingeschlossen, als ich alles neu organisieren wollte Meine Vorgesetzte ist hier durchgewirbelt wie ein Tornado und hat mich schließlich eingesperrt Ich kann sie echt nicht mehr ertragen Gottverdammt, da bist du Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen Und jetzt sitzt du hier auf deinem Hintern? Und hatte ich nicht gesagt, du solltest hier für Ordnung sorgen? Ja, aber du hast alles durcheinander gebracht und mich eingesperrt Wenn was im Weg ist, jagst du es in die Luft? Ist doch nicht so schwer Aber ich habe doch gar keinen Sprengstoff Dann bastel dir welchen Ich meine, schau dir doch die ganzen Den ganzen Kram hier an Da baue ich dir 10 Bomben draus Aber man kann doch nicht ein Äh, näh, halt den Schnabel Wird Zeit, den Bombenbauer in dir zu wecken Aber ich bin doch nur ein Lagerarbeiter Ich muss nichts über das Bauen von Bomben und Ob Selbst ein elenderer Lagerist muss wissen, wie man Sachen in die Luft jagt Tut mir leid, dass dieser Nichtsnutz für so viel Ärger gesorgt hat Das kannst du haben Ist nicht viel, ich weiß, aber immerhin Gut, wir sehen uns später Kompliziertes Gerät, Maschinen, Öl, Gold und Erfahrung Und Knallkops Bombenrezept Und Pottprogramm Repar Ist das nicht Repair oder so? Äh, Fähigkeiten Pottprogramme Ähm Hammerklinge Sind mit einem temporären Laser aus Der Kämpfer heilt, solange sie damit in Kontakt bleiben Ja Reparieren Okay So, dann gehe ich jetzt zur Schnellreisestation Und gehe mir Wüstenrosen holen War ja gar nicht so schlimm Ups Hier wurde drüber gestolpert So Hi Elch So, äh, Transport Äh, Wüstenregion Wohnanlage, genau Da müssen wir hin Hi Was macht die da? Nee, nee, nee Schön den Kopf Okay Und danach müssen wir dann mit Pascal reden Und uns mal dafür bedanken, dass er uns wieder zusammengeflickt hat Also das Ersatzteil zusammengebostelt hat Aber wer weiß, was danach passiert Hier kann ja jederzeit seltsamer Kram passieren Deswegen Ich wusste gar nicht, dass es da hinten noch weitergeht Es ist irgend so ein Würfel Der besteht aus dem Zeug bei Wo Als wir bei Eva waren Komme ich hier überhaupt hoch? Nee, ne? Ach, komm Geht das hier irgendwo lang? Äh, ups Leck, leck, leck Wie komme ich da hin? Äh, Karte Äh, Kartenmodus Ähm Hier irgendwie unterirdisch Da ist ein Weg Ist ich da von der ganz anderen Seite hin? Kann sein, ne? Bin ich hier ja gänzlich falsch Wird ich auch da hinten bleiben können Weil hier werden, glaube ich, keine Wüstenrosen sein Okay Dann wieder zurück War ja sehr erfolgreich Ich glaube, so hellgrau heißt einfach nur, dass es überdacht ist Ist hier noch irgendwas? Feinde Hm Ich finde es interessant, dass die Straßenlaternen hier noch stehen Häuser total abgeranzt, aber die Straßenlaternen stehen noch Ich meine, wenn sie hier so Häuser zusammenfallen Dann sollte man doch meinen, dass Straßenlaternen schon lange alle umgeknickt sind Äh, ich sollte vielleicht auch nicht an dem Ding hier vorbeilaufen Transport Äh, Wüstenregion Ölfeld Nein Äh, Wüstenregion Lager, genau Werden sich auch fragen Gerade weg, jetzt wieder da Ich hätte vielleicht vorher auf der Karte gucken müssen, wie man da reinkommt Kann auch gut sein, dass man durch diese Durch die unterirdischen Dingsbums dahin rennen muss Werden es höchstwahrscheinlich herausfinden So, dann werden wir mal ganz kurz die Karten Nein, nicht pausieren Karte Äh, Kartenmodus So, da wollen wir hin Aber dass da nicht durchgeht, muss es Es wird halt auch keinen Sinn machen, dass dieser Ausläufer da ist Also gehe ich einfach mal in die Richtung so in etwa Und finde das schon noch raus Also wenn ich überirdisch nichts finde, dann muss ich es unterirdisch mal probieren Hi Aua Warum Habe ich wieder den Gammelpott Ruhig bleiben Cool bleiben, Jungs Verbeulter Sockel Defektes Kabel Allermöglicher seltsamer Kram So, ich sehe da oben so eine Brücke Wenn man es da hoch schafft Ah, das sieht auch nach dem richtigen Weg aus Also muss ich da oben drauf Hier geht es in die Höhle runter Dann kam er in der Höhle, glaube ich, aber auch irgendwie nach oben, oder? Oder ne, das ist sogar richtig Man muss drunter durch Oder? Ist das der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg War ich hier schon mal? Gefährlicher Einsatz Eine Wüstenrose zu sammeln Äh Alles okay bei dir? Okay Aua Wenn wir nur noch diesen Typen irgendwie kaputt kriegen Ich hasse es, die kaputt zu machen ohne Hacken Vor allem, weil selbst wenn man perfekt ausweicht Kriegt man danach Schaden Ah, ich glaube, ich habe ein paar Mal getroffen Alter Junge Ich kriege den einfach nicht Ah Junge Bleib stehen Oh, ist das lächerlich Mir wird übrigens gerade auch schlecht Ach, endlich Mein Gott Ich glaube, das finde ich bisher tatsächlich die ekligsten Gegner Ich würde sagen, ich darf nicht da runterfallen Ich würde aber ganz gerne auf die andere Seite kommen Ja Nice Jetzt darf ich nur nicht runterfallen Jetzt hier lang Oh, da ist noch einer Ups, sorry, ich habe dich nicht gesehen Tschüss Ostiger Klumpen Habe ich jetzt keinen Zugliff drauf Ja, du kannst nicht hacken Defekter Schlüssel Das ist eine Wüstenrose, oder? Ja, Wüstenrose Drei von fünf Aber habe ich schon drei von fünf Vier von fünf Vier von fünf So, hier müsste fünf von fünf liegen Ja, aber ich glaube, ich gehe hier trotzdem noch weiter Das sieht nämlich ehrlich Oh, ich dachte, der wäre tot Das sieht nämlich ehrlich gesagt Recht nice aus Könnte es noch Cooles Zeug geben Glaube ich Und wo komme ich raus, wenn ich hier lang laufe?